Ja, ich hab da irgendwo... Kann ich die benutzen? Weiß nicht, ich kann. Ach komm, ich nehm einfach den hier. So. Fire. Brandfire. Komm hier. Warte mal hier. Oh, da ist noch einer. Wo? Bei mir, warte. Ach so, ja gut, auf dem können wir zulaufen. Na? Ringschnecke? Ja. Oh. Oh. So, runter mit dir. Und tot. Ha! Ne, der lebt noch. Jetzt schießt der von da unten die ganze Zeit auf mich. Ich will da rüber, da ist irgendwas. Hier? Ja. Ach so, hier meinst du, ne? Ja. Ach... 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 Ich resubiere sogar zu sterben, warum ist das nicht gekriegt? Ach... 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 Hier. Hier. Ja. Ich bin hinter dir. Okay. Sorry, wir schenken... Oh... Echt? Du kennst den Text? Ja. Ach... 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 Ich hatte ein Album, ne? Und damit ich mich die ganze Zeit so falsch singe, habe ich den Text noch gelernt. Ach... 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 Oh... Da muss man wirklich wieder die... Leere gucken, ja. Aber ich frag mich, ob es bei Amazon geht. Hab ich gesehen, es gibt's bei... Ähm... Ja, bei Amazon gibt's die. Ja, ich weiß, aber... Muss ich gucken, ob es... Oh, da ist ein Schlüssel gewesen. Der Londo-Schüssel, glaub ich. Irgendwas mit Londo. Mal gucken. Wollen wir da auch nochmal kurz lang gehen? Mal kurz gucken? Ja, ja, natürlich. So... Obwohl... Eigentlich liegt da nichts mehr. Soll ich jetzt noch kommen? Mal kurz gucken. Neu Londo-Ruinenschlüssel. Ja. Ja. So. Was? Da liegt nichts mehr? Ja. Ich will mal selber... Ah, da ist was. Aber in der Ecke. Du wolltest mich verarschen. Ich wusste es. Du wolltest mich verarschen. Da ist jemand in der Ecke. Ne, da ist jemand um die Ecke. Ja, geh mal gucken. Ne, ich steh ihn doch. Mit seiner riesen Keule. Ja, komm, wir lassen wir runter gehen. Achso, ist da nichts wirklich? Okay. Ja, dann geh mal aus dem Gebiet raus. Ich weiß gar nicht, ob ich da ganz mitkomme. Komm, wir können doch mal lang gehen. Nimm mal gucken. Ah, da ist ein Nebel. Komm hier, die Dicke. Ja, ja. Boah, 310 Schaden. Ja, ich habe ein kleines Schwert. Achso. Ich hätte, glaube ich, ein Dolch nehmen sollen. Und einen anderen Ring. Dolche-Kühlschlein. Achso, das ist das, was die Leute mit Kacke bewirbt, ja. Genau. Also da ist bei mir ein Nebel, da kann man nicht raus. Ja, bei mir auch. Ah ja, stimmt. Weil wir ja zusammenspielen. Ähm. War das hier richtig? Bin ich doof? Achja, hier ist sie. Alter, wie verkackt versteckt die ist. Was ist versteckt? Die Leitern bei mir. Hier hinten. Warte, ich komme. So. Komm. Ich vergesse immer wieder, dass ich nicht die Richtungstasse nach unten halten muss. Weil ich glaube, bei einem anderen Dark Souls wäre das so gewesen, oder? Die Richtungstasse nach unten, also wenn man das auch so halten konnte. Ja. Ich glaube, bei allen anderen außerdem. Weil du auch schneller nach oben klettern konntest. Und dann hast du immer Kreis gedrückt und dann halt nach oben oder nach unten. Ob du schnell hochklettern oder runterrutschen möchtest. Bei Demon's Souls ist es noch schlimmer. Ich glaube, da kannst du ja gar nichts. Da kannst du nur langsam rauf und langsam runter. Lol. Hahaha. Hart an Limit hier, wa? Hahaha. Hahaha. Jetzt habe ich noch zwei. Äh, noch einen. Also. Aber das sieht zumindest geil aus. Mit Pupu beschmeißen hier. So. Jetzt kannst du, kommt wieder der Moment, wo du sterben kannst. Du musst vorsichtig sein. Okay. Ich lass mal dich. Warte, warte mal. Ich guck mal gerade. Wo hab ich das immer gemacht? War das hier? Ne, hier kannst du vorbei. Ich glaube hier oben. Lass nochmal kurz hoch. Ich glaube von oben war es besser. Ja. Ich muss mal kurz meine Kleidung wechseln. Irgendwie hab ich seitdem ich Kleidung arbeite. Irgendwelche komischen Grafik Bugs. Ich muss kurz meine Kleidung ändern. Dann. Aber es dauert nicht lange. Hoffentlich. So. Eisenarmreif. Und. Eisengamaschen. So. Ich komme. Wo bist du? Oben? Über dir. Ich muss mal kurz Dings machen. Weil irgendwie mach ich die ganze Zeit komische. Also ich hab irgendwie komische Grafik Bugs seitdem ich die andere Rüstung anhatte. Mhm. Also jetzt hier runter. Und dann musst du gucken. Ich glaube rechts musst du dann. Aber das siehst du ja. Das wird ja. Wartest du einfach bis du ganz nah dran bist. Ja. Dann rollst du nach rechts. Ich sehs. Ich seh das nicht. Ja ich sehs. Ich rolle. Ich rolle. Okay. Jemand ist grad gestorben von den Gegnern. Ich. Ah ja stimmt. Sehen gab's. Hier runter. Bei mir. Ja. Komm her. Ich sehe die Dramatik. Lebt der noch? Ich komm hier nicht rüber. Leute da lebt doch mal einer noch oder? Lebt der? Alter. Ah. Ich weiß nicht. Kannst du sagen? Ne der ist tot. Tja. Da hinten ist noch einer. Sollen wir den platt machen? Äh ja. Komm. Je mehr Seelen lässt du besser. Aber ich krieg die. Nicht da hinrennen. Nicht da hinrennen. Das ist alles giftig. Oder liegt da noch was? Ne. Oder? Na ja. Dann machen wir den nur mit dem Bogen. Ne der liegt nichts. Aber ich krieg die ganze Seelen. stirbt irgend so ein. Die ganze Zeit. Oder was? Ah Leute. Ich bekämpfe den mit Feuer. Ein Feuergegner mit Feuer bekämpfen. Sehr gut. Aber ich bin jetzt so faul die Pfeile zu wechseln. Ja. Und Spaß Rob. Du musst noch gleich hier gucken. Das sieht voll komisch aus gerade. Weil du den gekillt hast natürlich. Boah wie schlecht. Ja. Noch einen Schlag. Äh. Jetzt guck mal auf den Gegner da. Den ich gerade angucke. Der Gegner hat auch irgendwie seinen Kopf so komisch nach links und rechts. Als wenn er die ganze Zeit wartet oder so. Rechts an der hellen Mauer da? Ne ne der direkt vor mir steht der Gegner. Hier steht kein Gegner vor dir. Echt? Vor dir steht da kein Gegner? Auf der anderen Seite vom Ufer oder was? Ne ne so ein toter Mensch. Der steht direkt vor mir. Ne. Ok. Ja dann wirst du dich auf die Aufnahmen freuen. Weil. Dieses Ding da. Macht die ganze Zeit so. Das ist mir weh geworden. Als wenn er gerade wartet. Und ich gerade so. Oh ich weiß. Das muss man später in der Aufnahme gucken. Also wenn die Folge. Ne. Es sieht ziemlich schwer aus. Mal kurz gucken. Ob hier. Ob bei dir hier ein Typ ist. Ob hier jemand sitzt. Ah. Na quatsch mal mit der. Wo? Hier. Hier. Hallo. Hier. Woll. Roll. Roll. Ich glaube da ist ein Fetter mit so einem komischen. Gugel auf dem Kopf. Wir nur mit der Quatschen, dann nicht weitergehen. Oh, ich bin vergiftet. Ich sollte vielleicht schneller mit ihr reden. Ja. Rede schneller, ich bin vergiftet. Das geht ja langsam. Ich habe deine Lebensenergie am Blick. Du ja auch. Okay, gut. Gegenstand kaufen. Ja, dann geh doch mal zurück und heil dich erstmal. Ja, okay. Kein Erfolg nie. Ja, lass mich heilen hier. So. Jetzt kannst du wieder bei der Reden. So. Gegenstand kaufen. Feuerkugel. Großer Feuerball. Feuerpeitsche. Feuerpeitsche. Verbrennung. Großverbrennung. Untote Harmonie. Feuerball. Und das war's. Feuersturm kann ich nicht kaufen. Was kannst du bei dir noch kaufen? Äh, noch Feuersturm. Achso. Nur die Zauber. Feuersturm kann ich nicht kaufen. Zauber sonst nichts? Nee. Okay. Ausrüstung umwandeln kann ich noch. Geh mal drauf. Was hast du denn? Keine umwandbaren Waffenfaden. Ah, okay. Gut. Gut. Ja. Willst du was kaufen? Nee, noch nicht. Ich hab genug gesehen, aber ich will eigentlich diesen 30.000 Feuersturm kaufen. Das ist wahrscheinlich das, was du vorhin gemacht hattest. Dafür brauch ich noch 4.000. Und ich glaube, die fetten da hinten geben 4.000. Warte mal. Guck mal bitte. Kannst du aufnehmen? Ah, okay. Wie viel 3.000 brauchst du? 4.000. Guck mal, ob das reicht. Ah, ich hab ja auch selber noch Seelen, ne? Warte. Sind das große Seelensoldaten? Nee, oder? Weiß ich nicht. Ich guck einfach. Setz einfach ein. Warte, ich hab ja noch zwei davon. Ja. Okay, ich hab 2.000 dafür bekommen. Das heißt, nach 2.000 fehlen mir. Das heißt, namenloser Krieger sollte auf jeden Fall... ... mir definitiv... Ja. Nein, was tust du? Mein! So, gib her mit dem Feuersturm. So. Ich hab's gelernt. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Okay, gut. Aha! Gut, bist du denn? Lass was? Kannst du Gäste lernen noch? Ich bin hier. Ah, du hast die Leiche mitgebracht. Hätte dir. Du Monstrum, stirb. Oh, verdammte Mücke. Ey, die haben... Im Hauptspiel haben die mich nicht so abgefuckt wie in dem... Also... ... in der Playstation 3 Version. Wie hier in dem Spiel. Ich roll mit der Leiche. Das ist auch scheiße, dass man nicht einfach die Playstation 3 Version auf der Playstation 4 spielen kann. Naja. Dafür, dass sie das auf der Playstation 5 eingefügt haben, ne? Weil die wussten, dass Spiele auf der Playstation 4 Mangelware sein werden, halt, ne? Welches ist echt schon schwach, dass sie das nicht... ... in Anführungszeichen kommentieren konnten. Obwohl... Obwohl es auf der Playstation 3 nicht so schwer gewesen wäre, wie auf der Playstation 4 und so 5 halt, ne? Weil die Playstation 3 halt nur Full HD hat, ne? So, warte mal. Äh... Ah, okay. Es kommt schon einer. Oh. Hallo. Hallo. Leute, ich dachte, er wirft den Ding da. Ja, dachte ich eigentlich auch. Aber wenn er nah an dir dran steht, dann... Ey. Oh, Leute. Er hebt die wieder auf. Und dann ist er immun oder was? Das macht voll assi. Leute. Oh, Leute. Das ist so gerollt. Ah, stimmt. Das hatte ich gar nicht mehr... Oh, diese Scheißmücke, Alter. So. Wenn er dich trifft, ne? Ah, ich hab ihn schon. Okay, er ist schon tot. Scheiße, ey. Fertig haben wir mitgewalzt, ey. Wie gestern war der Panzer, ey. Der mich überfahren hat, ne? Wir sind zwei, wir sind zwei. Lass mir erst mal in die Mücke kommen. Ja. Weil die facken mich richtig ab. Da warst du nicht mit dabei, ne? Ah, stimmt. Da hab ich fertig für 5 gestreamt. Der Panzer hat mich überfahren, ne? Ne, der Panzer hat mich gekillt. Ich und Panzer haben so einen Katz und Maus gespielt, halt, ne? Ähm. Ja. Der hat mich dann... So, ich hab ihn die ganze Zeit angeschossen mit dem Panzerfaust, ne? Und der hat mich die ganze Zeit gesucht. Der war aber so ein Wichser, ne? Der hat die ganze Zeit in seinem Spawn gestanden. So, dass ich nicht mit dem Pömpel da in den Nahenkampf gehen konnte, ne? Und deswegen... Warte, 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 warte. Oh. Ich wollte ihn... Der spinnt die ganze Zeit hier. Ich wollte ihn backsteppen. Läufe! So. Bist ein bisschen langsam, Kollege. Ja, komm, ich backstehe mich mal. Oh, was? Okay, never mind. Oh, da wirft noch einer. Oder? Ne. Doch, da hinten. Der ganz hinten steht da. Aber der wirft noch nicht. Ne, der wirft noch nicht. Aber da stehen es zu. Dann kann ich das mal hier rechts gehen. Da hast du auf jeden Fall ein Item, aber es sind auch drei Stück. Ja, da müsste eine Pyromantie sein. Hast du noch Moosdumpen? Brauchst du welche? Ja, ich hab noch sechs. Ah, die müssen eigentlich reichen. Ja, okay. Aber warte, ich geb dir noch vier. Da hinten ist ein Item noch, bei der Spinne da. Warte. Hier. Ja. Ja. Herz. Ja. Vielen Dank.